Ah, wie viele Menschen sind so alt, ah, wie viele Menschen sind so alt, ah. Eleanor Rigby geht in die Kirche, wenn dort eine Hochzeit beginnt. So wie ein Kind streut sie die Blumen für fremde Menschen und bleibt dann alleine zurück. Wünsch denen Glück, viele sind so einsam, allein auf dieser Welt. Viele sind so einsam, wer hat sich schon gezählt? Vater McKenzie schreibt eine Predigt, die niemand von ihm hören will. Alles ist still, spät noch am Abend, sitzt er am Fenster des Pfarrhauses im Lampenschein. Er bleibt allein, viele sind so einsam, allein auf dieser Welt. Viele sind so einsam, wer hat sich schon gezählt? Ah, wie viele Menschen sind so einsam. Ah, wie viele Menschen sind so einsam. Eleanor Rigby starb in der Kirche und niemand ist da, der ihr hilft. Als es geschieht, Pater McKenzie spricht ein Gebet und geht langsam die Wege hinab. Zu ihrem Grab, viele sind so einsam, wer hat sich schon gezählt? Wie viele Menschen sind so einsam, wer hat sich schon gezählt? Watson Die Stages slüllt? Wie viele Menschen sind so einsam, wer hat sich schon gedauert?